Herzlich Willkommen Leute zu einer kleinen Fortnite Battle Royale Serie in Kooperation mit Epic Games. Ich darf euch Fortnite BR ein klein bisschen näher bringen, beziehungsweise euch auch Tipps und Tricks geben. Natürlich richtet sich das im ersten Moment an Anfänger oder Neueinsteiger, wird aber später in anderen Videos auch noch ein bisschen an die Fortgeschrittenen gehen. Vielleicht könnt ihr auch noch das ein oder andere aus den Videos mitnehmen. Für die Leute, die sich für Fortnite BR interessieren, der Link ist in der Videobeschreibung und der Battle Royale ist free to play. Aber was ist es überhaupt? Fortnite Battle Royale ist, wie der Name schon auf sich schließen lässt, ein Battle Royale Spiel, wo ihr mit 99 anderen Spielern über einer Insel abgeworfen werdet und um euer Überleben kämpft. Es gibt unterschiedliche Waffen und die Besonderheit von Fortnite ist zum Beispiel, dass die Waffen unterschiedliche Seltenheitsstufen haben, wie man es zum Beispiel aus MMOs kennt. Grau, grün, blau, lila und legendär. Und dass ihr bauen könnt. Wände, Treppen, Decken, Fallen und so weiter und so fort. Aber bevor wir dazu kommen, schauen wir doch erstmal, wie das Ganze anfängt. Ihr fliegt mit dem Partybus random über die Insel, also vielleicht mal von links nach oben rechts und mal von oben rechts nach oben links oder so. Und ihr müsst entscheiden, wo ihr jetzt rausspringt. Springt ihr wie 20% oder 30, 40% der Leute direkt am Anfang raus, dann habt ihr aber auch die meiste Action. Sucht ihr euch einen Ort weiter hinten auf der Map, dann sind wahrscheinlich weniger Leute da oder fliegt ihr komplett abseits der Fluglinie und seid gegebenenfalls erstmal alleine unterwegs. Könnt ein bisschen looten und dann schauen, ob ihr das Endgame mit euren Waffen bestreiten könnt. Es gibt beim Fliegen unterschiedliche Techniken, um unterschiedlich weit zu kommen. Schaut ihr zum Beispiel direkt nach unten, dann landet ihr schneller oder benutzt den Fallschirm-Trick, in Anführungsstrichen, den ihr gerade gesehen habt, um weiterzukommen. Dafür müsst ihr den Fallschirm immer auf und zu machen und könnt somit eigentlich komplett über die ganze Insel fliegen. Also wenn ihr die Leertaste spammt. Ihr behaltet sozusagen die Geschwindigkeit bei und verliert kaum an Höhe. Ein anderes Beispiel, der Bus kommt jetzt von rechts nach links. Wir würden hier bei Greasy Grove rausspringen, relativ zum Ende der Flugbahn und ihr seht, die meisten Leute springen am Anfang schon raus. Das ist aber nicht das Beispiel, was ich euch zeigen möchte. Das ist das jetzt hier. Es gibt nämlich auch Orte, die nicht auf der Map eingezeichnet sind. Ihr seht zum Beispiel Greasy Grove, Pleasant Park oder Salty Springs, was vorher auch nicht eingezeichnet war. Trotzdem gibt es zum Beispiel unten rechts noch ein Gefängnis, was nicht drauf steht oder wo wir zum Beispiel hinfliegen, eine kleine Villa mit Scheude. Die habe ich jetzt markiert. Die steht auch nicht auf der Map, ist trotzdem mittlerweile ein bisschen bekannter geworden. Gerade diese Orte sind auch sehr, ja, sind beliebt, aber nicht bei so vielen Spielern. Die meisten Spielern springen natürlich in großen Städten ab, wo es den meisten Loot gibt. Wir springen jetzt in dem Fall ein bisschen abseits ab, denn so können wir uns erstmal ein bisschen besser mit dem Spiel befassen, sind alleine unterwegs, können in Ruhe looten und sind noch nicht in die hektischen Kämpfe verwickelt, die das Spiel dann auch noch so bieten kann. Ähm, wir wollen jetzt hier nach unten gehen, ja, und schauen uns dann erstmal nach Kisten um, denn Waffen finden wir immer in Kisten. In Kisten ist zu 100% eine Waffe drin und zu 50% noch etwas zum Heilen, ja. Es gibt unterschiedliche Sachen, um sein Leben zu steigern oder auch seine Rüstung, die ihr unten über dem HP-Balken seht. Da steht momentan noch 0 von 100. Dazu kommen wir aber gleich. Habt ihr mal in einer Runde eine Kiste gefunden, dann könnt ihr davon ausgehen, dass diese Kiste diesen Spawnpunkt immer hat. Ob die Kiste jetzt dann im Endeffekt da ist oder nicht, das entscheidet immer noch der Zufall. Aber sollte sie da sein, dann immer genau an dieser Stelle. Wie zum Beispiel hier in der Scheune, kurz von oben gespottet, ob sie da ist, ja, durch diese kaputte Decke. Und, ähm, ja, dann kurz abgedreht erst die Kiste gelootet, weil da habe ich zu 100% eine Waffe. Leider nur in Grau. Wie am Anfang gesagt, es gibt Grau, Grün, Blau, Lila und Orange. In der Reihenfolge sind die Waffen unterschiedlich auch gut. Und, ähm, haben hier erstmal drei Waffen gefunden, komplett abseits des Spielgeschehens. Niemand in meiner Nähe und so kann ich erstmal in Ruhe looten. Es gibt natürlich unterschiedliche Waffen. Eine AR, also eine Sword Rifle, Shotguns, SMGs, Scharfschützengewehre, Raketenwerfer. Und mit welcher Waffe ihr im Endeffekt spielen sollt, das entscheidet ihr eigentlich selber. Denn nutzt am Anfang erstmal die Waffen, mit denen ihr gut zurechtkommt. Hauptsache, ihr habt ein gutes Gefühl mit der Waffe. Denn jede Waffe in dem Spiel spielt sich ein klein bisschen anders. Wo es zum Beispiel zwei ARs gibt, also später natürlich auch noch die legendäre, aber es gibt standardmäßig die AK und die M4, so nenne ich sie jetzt einfach mal. Beides auf derselben Stufe, was die AR angeht. Die eine Single-Tage, äh, die eine Single-Fire, die andere Burst-Fire. Und ich komme mit der AK einfach nicht zurecht, weshalb ich die meistens auch einfach liegen lasse und mich lieber auf die M4 konzentriere. Zu den einzelnen Waffen und wie die sich alle spielen, kommen wir in einem anderen Video nochmal zu sprechen. Da gehen wir alle nach und nach durch. Jetzt aber erstmal ein kleines Kampfbeispiel, beziehungsweise wie das so ablaufen könnte. Erstmal kurz alles looten, was wir hier noch haben. Dann ganz wichtig, die Waffen sortieren. Nächster Tipp, ja. Sortiert die Waffen so, dass ihr blind wisst, auf welchem Slot ihr welche Waffe habt. Meine Reihenfolge ist immer auf der 2 die AR, auf der 3 die Shotgun, auf der 4 das Scharfschützengewehr und dann alles andere. Ja, ich habe jetzt noch kein Scharfschützengewehr, deswegen nur 2 und 3 belegt. Auf der 4 dann ist gerade die SMG. Und da ich gerade beschossen wurde, weiß ich natürlich auch, dass sich hier noch Gegner aufhalten. Deswegen erstmal mit Bandagen auf 75 heilen. Nur mit Medikits und einem Schlürftrang kommt man auf 100 leben. Und mit einem blauen Schilddrang kann man nur seine Rüstung steigern. Das heißt, mit Bandagen erstmal bis 75 hochheilen und dann jetzt erstmal das Beste aus der Situation machen. Mit dieser kleinen Brücke, äh, mit dieser kleinen Treppe, die ich mir gebaut habe, habe ich mir nicht nur eine Verteidigung gebaut, wo ich mich gegebenenfalls kurz zurückziehen kann, sondern habe mir auch einen Highground geschaffen, wo ich wesentlich bessere Übersicht habe und den Gegner angreifen kann. Objekte zu bauen ist also so ein bisschen das A und O. Hier möchte ich zum Beispiel an die Munition oder an die Beute rankommen und baue mir mit meiner Wand einen kleinen Schutzwall, um da besser hinzukommen und nicht angeschossen zu werden. Wir haben jetzt den anderen Gegner noch gesehen, der wirft Granaten. Da wollen wir natürlich gezielt ausweichen, bauen uns wieder unsere Treppe, um angreifen und uns verteidigen zu können. Schießen jetzt hier von oben auf den Gegner drauf, töten ihn schnell, aber hauen schnell ab, da auch Granaten ja Objekte kaputt machen können, beziehungsweise Objekte durch alles zerstörbar sind, also auch ganz normal mit Waffen. Ein bisschen später in der Runde habe ich hier ein Scharfschützengewehr gefunden. Ihr seht unten meine Reihenfolge wieder. AR-Shotgun-Scharfschützengewehr. Und das Scharfschützengewehr, auch wenn man damit nicht zu sicher ist, da diese Waffe zum Beispiel einen Bullet Drop hat, was die anderen Waffen nicht haben, kann man mit dem Scharfschützengewehr gut Stress machen, denn ein Treffer von einem Scharfschützengewehr ist fast immer tödlich. Habt ihr wie in meinem Fall nur 75 Leben, ist sogar ein Scharfschützentreffer, egal wo, aus einer blauen Waffe tödlich. Ich konnte ihn jetzt so nach vorne locken. Er ist jetzt auf dem offenen Feld, während ich immer noch Deckung habe und kann ihm jetzt erstmal ein Schild wegschießen, gesehen an den blauen Zahlen, die ich gemacht habe und als das Schild weg war mit gelben und weißen Zahlen ihm das Leben ausknipsen, da ich für jede Distanz die richtige Waffe hatte. AR und Sniper für Long Range, Shotgun für Close Combat und die SMG für die mittlere Distanz. Jetzt hier noch ein anderes Scharfschützenbeispiel, ein Kampf in Pleasant Park, wo richtig was los war. Und das Scharfschützengewehr ein guter Game Changer ist. Zwei Gruppen bekämpfen sich da hinten und wir mischen uns ein klein bisschen ein. Während ich hier kurz angeschossen werde, räche ich mich ganz kurz, nock den ersten Spieler aus und jetzt sieht man oben im Fenster einen weiteren Spieler rumhüpfen. Und ja, Fenster oder zwischen Brettern hinweg schützen euch nicht. Man kann überall in der Hinsicht durchschießen. Zwei Spiele ausgenockt, wir haben danach reingepusht, die Gruppe ausgelöscht und uns mit Pleasant Park gesichert und hatten dadurch sehr viel Beute. So, hier neue Runde bzw. anderes Beispiel. Wir looten am Anfang wieder Kisten, tauschen die Waffen so aus, wie wir es mögen. Ich habe gerade diese Shotgun mit diesem roten Griff ausgetauscht, also genommen und dafür meine, diese Double Barrel, die Long Range Barrel Shotgun hingelegt. Da auch die beiden Waffen sich unterscheiden und ich lieber mit der, ich sag mal, roten Shotgun spiele. So, wir haben jetzt den Schildtrank im Inventar, der füllt also unser Schild um 50 auf. Der Schlürftrank macht 25 Leben, 25 Schild. Ein Schildtrank macht immer 50, man kann 100 Schild haben, somit kann man zwei Schildtränke benutzen. Ein Schildtrank ist das Wichtigste überhaupt, denn damit erhöht ihr ja theoretisch eure maximale Gesundheit. Denn ein Schild wird immer nur durch Schüsse abgezogen und vor allem wird ein Schild zuerst durch Schüsse abgezogen. Habt ihr also nur ein Leben und 100 Schild, wird trotzdem erst 100 Schild weggenommen, bevor euer Leben dran ist. Deswegen Schildtränke immer benutzen. Fallschaden reduzieren nur das Leben, nicht den Schildtrank. Ist also für jeden Kampf essentiell wichtig, dass ihr dort euer Schild aufrecht haltet. Wir haben hier gerade ein kleines Jump'n'Run gesehen, beziehungsweise ich habe mir eine Brücke gebaut, um eine versteckte Kiste zu erreichen. Habe es beim ersten Mal nicht geschafft und bin auf dem Truck gelandet. Lustigerweise ist dieser Fehler auch mein Vorteil in diesem Beispiel gewesen, denn ich habe gehört, dass ich verfolgt wurde. Jemand war hinter mir, man hört die Steps in dem Spiel unglaublich gut. Und da ich nicht genau weiß, wo er ist, in alle Richtungen einmal eine Granate und beim Runterfallen, habe ich gehört, dass er ebenfalls dasselbe Geräusch gemacht hat wie ich. Ich glaube also, er hat das Jump'n'Run ebenfalls verkackt und ist auf dem Truck gelandet. Somit konnte ich um die Ecke springen, hatte hier den ersten Schuss, bevor er sozusagen reagieren konnte, obwohl er mich gehört hat. Und ich konnte den Kampf für mich entscheiden. Anderes Beispiel am Rand der Zone. Die Zone wird immer kleiner, je weiter das Spiel fortgeschritten ist. Ich glaube, immer noch vermute, dass dort in der Ecke jemand ist und werde jetzt aber leider besseren Belehrten von der Seite angeschossen. Das Erste, was ich mache, ist kurz zurückschießen, damit auch er sich zurückzieht und Deckung suchen, denn man kann sich hinter allem verstecken. Er könnte zwar kaputt schießen, aber das ist mir immer noch lieber, als dass ich Schaden bekomme. Kurz mit dem Granatwerfer unter Druck setzen, nächste Deckung suchen. Ja, auch ein Einkaufswagen zählt dazu und er ist hinter dem Truck. Vorteil für mich, man kann seine Beine sehen. Ich schieße rechts eine Granate hin, logge ihn links raus, man hat ihn an den Reifen gesehen und ich hatte den Vorteil. Wurde aber direkt von einem Scharfschützen angeschossen, man sieht ihn da hinten, beziehungsweise beschossen. Er hat mich ja nicht getroffen. Deswegen benutze ich jetzt den Schlürftrank, obwohl es verschwendet ist, da er ja auch Leben heilen würde. 25 Leben, 25 Schild. Aber da ich nur knapp über 100 HP war, habe ich den Schlürftrank in der Situation genommen, denn ein Scharfschützentreffer, der haut einfach komplett rein. Und da ich nicht weiß, welche Seltenheitsstufe er gerade auf der Hand hat, bin ich erstmal davon ausgegangen. Ein bisschen mehr Schild könnte nicht schaden. Ich versuche ihn ein bisschen mit Granaten abzulenken, beschieße ihn immer wieder kurz, dass auch er sich zurückzieht, damit ich näher rankomme. Denn auf die große Distanz hatte ich keine Waffe. Versucht den Kampf in ein Feld zu locken, wo auch ihr euch wohlfühlt, also auf eine Distanz zu bringen, wo ihr euch heimisch fühlt. Ist natürlich immer sehr gefährlich, man muss dafür viel bauen, Deckung suchen und so weiter. Granaten lenken sehr gut ab und jetzt ist er am Rand der Zone. Ich bin schon fast in Nahkampfreichweite und mit der Shotgun fühle ich mich eigentlich ganz sicher. Erster Treffer Schildhit, 61 in blau und danach wurde sein Leben genommen und wir können in Ruhe looten. Und er hatte alles besser als wir. Blaue Schottie, blauer Air und blaue Sniper. Damit Glück für uns in der Situation. Anderes Beispiel. Ich schieße ihm erst das Schild weg. 3x33 bedeutet, er kann maximal noch ein Schild haben. Granate links, rechts, um ihn nach vorne zu locken. Wir schießen jetzt seine letzte Deckung weg. Wir gehen gezielt auf den Baum. Und jetzt steht er offen. Ich kann mich immer noch ein bisschen in dem Auto verstecken. Und auch wenn ich hier gut kassiert habe, habe ich den Kampf eigentlich ganz solide für mich entschieden. Der Gegner war aber auch nicht schlecht. Und bevor ich jetzt in Gier verfalle, auch wichtig, nicht immer direkt looten. Ich habe das Medikit rausgenommen, in Sicherheit gegangen. Ich höre in der Zeit, ob Gegner sich nähern würden. Heile mich erst mal hoch. Denn mit 18 HP wäre ich fast durch alles One-Shot. Erst heilen, dann looten und dann weitergehen. Nicht direkt zur Beute rennen, denn auch andere Spieler werden durch Schüsse angelockt und bekommen das natürlich mit. Und vor allem sieht man Loot auf große Distanz sehr gut, wenn da alles so schön bunt leuchtet. Und das auf jeden Fall erst mal zu unserem ersten kleinen Fortnite-Video. Wenn ihr diese Tipps alle befolgt, dann sollte eurem ersten Sieg eigentlich nichts im Wege stehen. Ja, natürlich gibt es noch viele, viele Feinheiten, Tipps, Tricks und Kniffe, auf die wir noch zu sprechen kommen. Vor allem, was das Bauen angeht, was die Positionierung in der Zone angeht und natürlich, was das Waffenverhalten angeht. Aber das sehen wir in späteren Videos. Wenn ihr also Interesse bekommen habt, mit Fortnite anzufangen, dann schaut auf jeden Fall mal in die Videobeschreibung. Ich hoffe, ihr seid auch bei den anderen Videos noch mit dabei und vielleicht könnt ihr daraus noch was mitnehmen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao. Ciao. Ciao.